Moin Leute und Willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal Hippi Style Leerzeichnungserfisch Allee Zusammen mit Mia... Zusammen mit Mia natürlich? Du hast ihn angekündigt, aber noch nicht gestartet. Du hast ihn vor einer Minute angekündigt. Was laberst du? Also bei mir ist der persönlich schon an. Warte, ich... Dazu! Doch doch du bist da, du bist da. Schau mal komm ich... ...ich hast du schon irgendwas? Ich habe schon gelockt ich klingt Etwas wirklich nicht mehr wieder. Und ich hieß schon irgendwas, Luca Hieß du grad der Fortnite Bildschirm? Oder ist es noch angekündigt? Ich bin dabei das Ding ist weg, Hä? Obwohl du hängst? In der Tat. Da. Ich hab ihn an, ne? Siehst du auch gerade, was ich mache? Siehst du das? Grabe, wo hast du vorhin? Achso, warst du ein V-Bach so drauf? Und jetzt bist du da los. Ja, gut, dann passt das. So, Luca, dann ruf mal ganz, bis die Bundesliga-Live-Ergebnisse durch. Luca. Ruf mal ganz, bis die Bundesliga-Live-Ergebnisse durch. Mal. Ja, dann mach. Ja. Ja, dann mach auch. Ja. Ja, heute noch. Ja. 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 und guckt gerade auf wundersliga und henrik ist wieder active alter jetzt klappt er auf den fernst du kannst kommen wir eigentlich nicht nur nein kommt über kommen wir baum ncs ncs dann fade oder so ja ohne idee ohne die am ende nur der der server alter alles klar ich habe die spielrunde lagen ich habe zwei sekunden ausgemacht direkt krieg eine benachrichtigung von denen ich habe euch alle 33 ausgemacht habe ich schon gesehen das habe ich schon gesehen luker 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 ich muss ja noch unbedingt die wenn man komme ich die google-play-karte ja na gut also so wird das jetzt nicht geplant ich weiß mal ehrlich speichert er das oder was warst du weg du kommst mal kurz in chat da gibt es ein paar fragen die noch offen sind ja luker ist halt unartig hol dir mal world of tanks blitz henrik keine werbung in den videos muss ich heute denn aber bekomme ich sie die nächsten tage weil auf uns habt ihr gesagt bekommen wir haben woche ende was soll ich überhaupt damit machen mit der karte und von mir ist es mittlerweile nicht mehr abhängen wir dann von luker eigentlich nur noch ich muss gucken ich muss gucken ich muss Geld holen und so und das ist ein bisschen problematisch weil ich halt luker ist arm naja mal gucken ich will gleich real würde das haben 18 ich bin lieber 8 doch was willst du dir davon denn gleich real kaufen wo ich halt nicht magie super magical tun ob ich dann probier will das nur hässlich das ist ja nicht mehr am feiern hat dieser oper ich mach uns leppi an leppi der jude alle lebi nimmst du den leppi immer mit oder hast du den leppi nur bei oma luker luker nimmst du den leppi überall mit oder hast du den nur bei oma ok auch für letztliche sehr gut ja mal klar du kriegst sie noch keine vorge du musst nur gucken dass ich ja ich muss gucken 40 für die zeit finden dann schicke ich dir das 40 für die zeit finden und ich ich übrigens ohren als wir bist auf den namen gekommen bist du voll kreativ was hast du an dich ja auf jeden fall voll kreativ ok ne nö nee werde ich auch nicht brauchen ich mach ganz in Ruhe so kalt Ich bin ja normal, ganz im Ernst. Ja, ich spiel hier gerade auf Ozeanien. Australien ist das. Ja, was haben die denn da? Wie können die denn empfangen? Die war ganz im Ernst, das ist nicht mal feierlich. Ja, die sind abgefreundet, ne? Die sind zu Leuten, ne? Ja. Keine Ahnung, wie. Ich bin nur ordentlich witzig und keine Ahnung. Rätest du das? Und der Groot, leider. Okay. Geht klar, Digger. Vielleicht, man ist auf jeden Fall mal wieder am Start. Geht klar. Luca, du hast es gerade gesagt und ich schreibe es noch mal rein. Das ist auch so hab ich los. Weiß gleich nicht, ob man mich hört. Guck mal, hier ist irgendwie einlaufen. Uuuuh. Ja, Computer, bist du mich verarschen? Ja, dieses Hörer hier, der ist einfach nur scheiße. Ich weiß schon gar nicht welche E-Mail da drauf. Sch?... Wigau die deinen Töne. Dimm, dimm, dju... Dimm, d imprisonedse... Ne-Ourn, ey, wie kannst du dir eigentlich, äh... Äh... Nach unten und oben gehen. Ich muss mir meine drei E- und Adressen auch nicht merken. Seid ihr das am Video-Thumbnail? Ich bin der Linke, Luca ist der Rechte da. Abos machen, dauern nicht lange, aber das soll ich stellen. Digga, ne SMC. Ich weiß, wovon du redest. Ich krieg immer noch nen Anfall. Digga, es braucht erst mal zwei Stunden, bis ich die scheiß Waffe gewechselt hab. Ihr seid BVB-Fan? Nein, nein, nein. Das ist nicht ganz falsch. Ich bin auf jeden Fall kein Dortmund-Fan. Ich bin auch Bayern-Fan. Leider Bayern-Fan. Ihr freut mich schon auf morgen. Luka, nimm mal ein anderes Bild von dir, Alter. Du verwirrst die Zuschauer schon wieder. Nimm mal ein anderes Bild von dir. Es ist nicht mal feierlich. Luka, nimm jetzt ein anderes Bild von dir und ich stelle das Foto neu. Okay, passt. Ja, läuft bei dir. Guck, Luka, so ist es viel leichter, Freunde zu machen. Dera. Hast du eigentlich VIP an? Ich kann mir VIP lernen. Lass mal gesehen. Tausend Abonnenten. Dann kann ich das einstellen. Und du, hat Tor gefallen? Tor gefallen? Ist nix, also, ähm... Nix passiert. Nein, kein Tor, es war bei einer anderen App. Ich hab' zehn verschiedene Fußball-Apps. Hä, bei mir hat's auch vibriert, aber das ist n' da. Ich hab' von One-Foot-Tour gefrügt. Und? Ach, so ne... Ich hab' nur wasser, hab' schon was mit Obermeern schon wieder. Ja, klar, was geil. Klaro. Also, Ecke zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie es mit Luka aussieht. Du hast es geil? Klar, wie ist es geil. Ja, gut. Wo ist denn es gerade die epische? Bin ich geblint? Skyylder. Geht mir so geblint. EUROSPORT-Player. Mein Vater. Hä, er war EUROSPORT-Player? Dann konntest du übergest'n Job noch sehen. Also, ich konnte ihn nicht sehen. Aber er war auch auf der Kink-Shop. Achso, ja, ja, stimmt. Wir haben ja wieder anrufen. Alter! Ich bin kurz weg, ich muss kurz... ...Ladekabel hoch, verlemmt ab. Was steht jeder schon wieder für einen Möbel? Ja, wenn du das nicht... Ich bin ganz kurz weg, ne? Ich mach mich kurz stumm. Bis jetzt, in der alten... Ah, ne, ich schlau mal ja bis neben mir. Ich mach's zurück. Jaja, klar, stummkratz, jaja. Klar, klar. Jaja, Ida. Das ist ne Mannschaft in Österreich. Ja, genau, hier liegt doch die Epic. Ja, ne Piste. Ja, ganz toll, freu mich. Wo sie... Wo sie... Wo sie die Fritz nicht gern war. Ja, genau. Ja, genau. Hier liegt doch die Epic. Ich hol den Kratz. Ist mit Bayern mein Lieblingsverein. Ja, klar, Kratz guck jetzt nicht die... Die, ähm... Die Spiele von, da ja, dass ich in Deutschland wohne. Aber irgendwie kann ich von Fiebern will. Ja, ist so guter Mann. Ja. 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 Ich will jetzt nicht so... Ich google mal kurz, was Graz ist. Da ist ein Fußballverein, du baue... Nee, Graz ist, ähm... Also Graz ist ne Stadt in Österreich und Sturm Graz ist der Fußballverein von der Mannschaft. Ja, von der Stadt. Ja, ist guter Mannschaft. Ja. Dann schillen wir mal alle anderen Leute auf, Luca. Alle anderen Modeteleien aus der Österreichs sind. Ich bin ein Meter von Österreich. Ist ja gar nicht in der Nähe von Deutschland, die im Flüge. Ja, ist ein Salerand von Österreich. Wieso ist dann ein Busch vor der Tür? Ja, ein paar Schweine. Junge, ich hab schon wieder Bambus am Lektor. Meine Fresse. Mei... Danke. Ha, Digga, war das schlecht?! Ja, gar nicht. Bin ich genau deiner Meinung, die sind totaler Müll, wie noch die Bandage mit? Habe ich Bandage in Ida, wie die Schilde in Ida. Ich habe nur zwölf, da lagen wir auch nicht. Aber gerade der Kille ist einfach so richtig dreckig. Da, ey, komm mal her. Brutti, Brutti, bleib mal stehen. Das hat du schon gar nicht. Videobeweis Tor von Mainz wird überprüft. Junge, was hab ich dir getan? Wo ist der Typ von da hin, hä? Du musst lernen, als Österreicher. Ja, genau. Hier ist ein Bild davon. Da ist so ein hässliches Haus. Da ist so ein großer Platz, da läuft so ein Plan vorher. Hoffentlich bist du das jetzt nicht, sonst hört ich auch so sehr bleib. Aber, ähm. Okay, kein Tor. Du bist dann. Hoffentlich schreibst du nur eins. Ich schreibe eh ne sechs. Aber, hier viel Glück. Ich schreibe eh ne sechs. In Latein? Ja. Dere. Eier. Aber ich glaube, Robin ist ein bisschen aktueller, weil das live guckt. Ich schreib gerade. Retail World, Finalplatz. Ach, leck mich doch. Wer läuft? Hast du schon kill? Ich hab schon bei mir schon wieder ein Grafiker. Weil die Grafiker erstellen ist wirklich halt. 720p ist Maximum. Ja. Ich hab hier das Internet dafür. Ey. Scheiße. 20 Meter tief im Dorf. Aber hier ist gar nichts ins alles. Jetzt hab ich das hier geschrieben. Nein. Alles klar. ich habe mich nicht dieser leg alter was ist denn ich ja anders wie es legt diese legt alter es ist ja anders das war schon krank der was denn jetzt passiert top für mainz top für ein top für mainz hauptsache aber die regionalliga ist da das verstehe ich schon wieder gar nicht aber wo bist du klar dass du in der live guckst trotzdem bin ich noch viel zu Sonst wäre ich nicht dabei. Ich hab gar keine Wuppe drauf eigentlich. Ampje, Bundesliga aus Ostfühlen. Wie ist die Databelle? Was ist das Erste? Ich muss sagen, dass das Gras gut ist. Handy gar nicht. Die haben auf jeden Fall hässlich Thorat. Die sind alle hässlich. Ja hier, Wendelhofer. Der ist ja der Schallhaus. So Leute. Komm. Heute lernen wir mal ein bisschen. Ah hier. Europäisch. Was? Was? Der Trainer ist fit. Der Co-Trainer ist aus dem Torwart. Torwart-Trainer ist auch aus dem Torwart-Trainer. Ist kein Bild. Ich lauere nicht die Nähe dabei. Muss ich gucken. Die Klappe verkraften gerade. Opa ist drüber wieder YouTube gucken. Das ist schon... Was? Dein Opa guckt YouTube? Ja der guckt immer YouTube auf Google. Ja. Bei meinen Großeltern. Die haben noch nicht mal ein Handy. Von daher. Opa guckt gerade Sky-Go. Bei dir. Kein Chinesis. Jetzt haben wir wirklich mal einen Sorgen schlossen. Komm gut wo. Ja hab ich doch schon gesagt Alter. Was für ein Fisch hast du gefahren? Das ist schon wieder schrecklich. Der. 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 Vor Er steht. Die. Nein, also Luca. Ich muss mich da, glaube ich, vertreiben. Digga, was hast du für eine Bammesleitung mit dir zu Hause? Das ist ja nicht mehr feierlich. Luca, was hast du für eine Bammesleitung? Alles klar, beste Mann auf jeden Fall war wieder am Start. Plot für Isa. Luca, man fächtet kein Wort von dir. Man fächtet kein einziges Wort von dir. Du hast so eine Bammesleitung am Start. Sack. Sack. Hallo, ganz ruhig. Ist alles gut. Danke. Du wohnst halt jetzt auf mich jetzt mit deinem 4. Du bist wieder da. Warst du weg? Du wohnst jetzt auf mich jetzt mit deinem 4. chicken weg. Digga, ich schwör deine Leitung, also das ist nicht mehr feierlich. Ey. Und äh hast du auch trauma? Luca. Luka, ich versteh dich ganz bisschen. Luka. Ja, mach mal Videoanruf, das ist besser. Oh, ja, ich habe nur noch Videoanruf. Ach, halt. Was ist das? Nee, Alter, mein Opa ist einfach back im Business. Hallo Opa, hallo. Was? Was ist los? Was? Was? Ich muss gleich los. Ich muss um fünf Minuten los. Wohin? Nach Vater. Nach Vater. Nach Vater. Nach Vater. Ich bin bei dir. Sag mal, wir haben ein paar. Was hast du? Mein Vater ist schon wieder Eurosport-Player. Und was noch? Gutes Internet. Gutes Internet. Die. Wir sind feierlich bei dir. griachen 그rufen hin. Björng undreader Nose. 1. Wahl! Eva greffer! Hisheede! Jörgen! Schaus! Ich bin gespannt, was sie da noch zusammenspielen von der Scheibe. Wer meint den Stuttgart? Was ist das denn? Robin, wer ist denn da besser bei Mainz gegen Stuttgart? Weil das kann ja sein, dass sie da 1-1 spielen. Wo kommt der Typ schon wieder? Nein, ich hoffe nicht. Wo bist du? Okay, okay, okay. Gib mir, gib mir. Ruf mich mal. Ja. Moin, Colin. KGS. Und was hast du gebracht? Ich bin YouTuber mit 70 Abonnenten. Und hab dir jetzt die Huys. Freust du dich jetzt? Pücher. Wie du willst jetzt schon wieder wissen, wie alt ich bin? Was hat dich das für interessiert? Du bist ein Typ, der gerade zum ersten Mal zuguckt und ähm... Wieso sollte ich dir jetzt das einfach sagen? Das ist für mich kein Sinn am Ergeben. Wollte ich mich da? Wollte ich mal eine Frage. Ja, ja. Die Siege. Was glaubt er ja? Nö. Wie viele Siege. Äh, 8 nicht, 4. 6. ich bin es nicht so krank wie teilzeitgottel oder viel silber oder alex rami gaming oder wenn sie noch alles ist und noch ein Sturm oder ganz tolle Kiste mit einer Skopter Ehrung, das ist auch schon wieder lächerlich mein gott dann bist du schon mal am gleichen alter weg oh 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 war das ein skar da war das ein skar das schmeckt lecker skar ist back in business das läuft das läuft richtig bisschen holz keine kiste schade ja gerne aber ich hab nichts dagegen da kannst du angeben ja welcher Level bist du denn und schick mir mal direkt eine FA ooooh Lutrop zählt die frage ob hier schon irgendwer anders ist der rechte burselkriebe sein arme der rechte burselkriebe sein der rechte burselkriebe sein der rechte burselkriebe sein bin ich doch oja Level 8, 9 und jetzt Level 66 ach so 89 und jetzt Level 66 yo wo treibt noch mehr wie viele Sieger hast du dein Profilbild zeigt die in Embrose was findest du besser blaue Schrotze oder grüne Pammkarn was findest du besser blaue Schrotze oder grüne Pammkarn was findest du besser also grüne Pammkarn oder blaue Schrotze grüne Pammkarn ok der Kunde Pammkarn mag ich dann auch eigentlich mehr also geht doch weiter kommst du heute noch an oder bist du gerade an oder morgen joos moin doch voll die geile Runde ich habe gerade ja ich habe gerade eine Solorunde ja ich habe gerade eine Solorunde ich bin gerade auch gewonnen 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 ja ich habe gerade Solo gewonnen hackst du? nein ich habe nicht gehackt wirklich du musst gehackt haben du kannst auch keine Runde gewinnen klar digga was wieviel kills hattest du? zwei digga hast du die ganze Zeit gekämpft oder was? ne ich habe nicht gekämpft ich bin die ganze Zeit rumgelaufen paar habe ich fast gekillt und einer ist durch den Sturm gestorben und der letzte das war lustig ich habe mir eine kleine Basis gebaut weil der Kreis so klein war das war halt noch so durchsichtig weil das gerade am Anfang des Bauens war ne dann hat der durchgeguckt ich habe die ganze Zeit mit meiner Schruftflinte auf den gezielt ne dann baut der da Treppen über mich schießt seine Treppe kaputt springt in meine Basis rein nimmt seine taktische Schruftflinte ich habe einen Schuss gemacht irgendwie was weiß ich wieviel Schaden ne dann stand der da rum ich dachte hä hat der jetzt aufgehört zu spielen dann hat er auf einmal geschossen habe ich ziemlich viel Schaden bekommen und dann habe ich ihn gekillt Philipp? ja was machst du jetzt hier? ja ich kann ein bisschen spielen weil Julina spielt grad Dominic Dominic spielt grad mit mit ähm von meiner Cousin, der Mutter und meine Schwester ein spielen und danach können wir in der Zeit können wir spielen aber auch nicht mehr so lange ich glaube ich habe hier grad so einen Camper schon und dass sie DVR erwischt ich weiß dass er da ist aber er campt irgendwo hab ich keinen Bock drauf den Typen hinterher zu laufen lebst du alleine? was lebst du? ich bin noch alleine das spiel du? ne ich bin grad nur in der Solorunde legen der Reska grüne Pumpkan blauer Granatwerfer was ist mit Jost? ich? der hat grad Solo gewonnen er war noch nicht in meiner Party er war noch nicht in meiner Party er war noch nicht in meiner Party jetzt musst du dir jemand mit Jost Aiming vorstellen das geht gar nicht und gleich können wir ja ich Digga hörst du mal auf ich bin Schneidern ich bin Schneidern ich bin Schneidern ne ja Digga man aiming fort leg mich doch nein ok nein das ist nix Wie viele Kids hast du denn schon, Julian? Ja, wenn du tot, keine Sorge. Ah, Colin, KJS, du bist noch ein Abonnent, los von dir. Julian ist tot. Julian ist tot. Zocker ab und zu fähig, aber mein, ey, shit. Julian, bist du tot? Ja, ihr geht tot. Nein! Der Typ ist gerade auf die Hörer suchen. Ich hab die ein? Warte, ich muss mal... Ich hab die ein? Wir haben die Abonnenten. Ein Abonnent noch, dann hab ich die 70. Ja, ich komm schon, ich komm schon. Läuft bei uns. Ich schlag dich mal ein. Ja, ich komm schon, ich komm schon. Digga, das läuft richtig. Okay. Ich hau mir wieder du raus. Julian, ich hab immer noch so tausendsten... Okay, wir machen Team. Digga. Ja, ich hab dich schon so tausendmal hast du gesagt, ich hab erst die Stimme und Zeit. Weil Julian schläft doch bis morgen bei mir. Ja, nee, also ich schlaf im Moment nicht bei dir. Ich kann noch nicht. Du hast gerade gesagt, dass ich bei dir schlafe, aber das tue ich nicht. Nein! Achso, achso, dass Domi bei mir steht drüber. Ich komm mit euren Namen ausmachen. Ich komm mit euch mit euren Namen durcheinander. Wenn Domi schläft bei mir, mit dir spiel ich oft. Das ist dann nicht so einfach. Nio. Nio, dann mach mir wohl nicht aus. Wieder unsere Täusche. Der Tausche, hä? Tausche. Der tauscht die... Die... Der tauscht die... Die... Die Tausche? Hä? Erstmal googeln. Dafür ist Google da. Da. Flural. Ich, Snobby ist meine Lieblingsstadt. Tausch. Ja, da kann man halt richtig gradieren. Wo ist denn das? Ach, die haben's da hinten. Wir, 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 weißt noch. Wir, wir, weißt noch. Snobby ist die Stadt. Tausch. Warte, Tausch. Du mit deinen 3 HP. Ich gehst an, was? Oh, warte mal, ist Tor gefallen. Und 2-0 für Leverkusen. Der Innenverteidiger. Julian Baumgartlinger. Ich dachte wieder... Mongo. Hm. Ich geh schnell raus. Ich geh schnell raus. Der Mongo. Gehst du wieder nach links? Auf die, auf die Wandbombe? Jus, wo bist du hin? Jo. Gehst du Villa? Äh, da wollte ich eine Menge zur Plattform verletzen. Ganz recht, die Villa. Das ganz rechte. Ja, können wir machen. Ich geh hier, ich geh hier, standardhaus. Von neben dem. Ist mir aufgefallen, dass in vier Grundstücken. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5. Ich brauche, ich könnte Hilfe brauchen. Hier will wir zu mir, Plattform. Komm zu mir, komm zu mir. Ich krieg die Waffe eher als ihm. Nee, trägt nicht. Er will ja nicht weggepicken. Nein, Scheiße. Digga, nice. Verrück, du kleiner Spass. Er kommt zu mir. Digga, Heldschuss, Heldschuss mit der Revolve. Ich hör ihn einfach auf. Joost hat sich dann mal, ich glaube Joost hat keinen Bock mehr. Ich geh mal ganz kurz in den geheimen Keller. Hast du einen? Ja, ich hab den nur vom Pumpkin-Headschuss, aber ich hab den nicht gefinisht. Digga, gerade ein Typ habe ich, der hier kommt wieder mit dem Pumpkin, äh, mit der Schrufschunde an. Eine hätte gereicht. Was mache ich? Ich komme einfach mit der Revolve Headshot. Ich glaube, ich glaube, Joost hat keinen Bock mehr. Joost? Joost, der hat schon die Party verlassen. Echt? Ich glaube, er hat keinen Bock mehr, weil er gestochen ist. Besser mal in Ida. Wurde so abgeschossen? Eigentlich nicht. So bist du. Doch, doch, doch. Komm! 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 Nein, oder? Nein, oder? Nein, ich will kurz aufhören. Hör bis auf! Weil ich hab mich nicht so lange geteilt. Gut, warte kurz. Ich kann wieder du machen. Weil du auch musst allein gegen vierer Teams. Du hast keine Chance. Du hast einfach keine Chance. Na, wieso hat er, wieso hat er fast nicht gefühlt nicht, alter? Genau, komm! Perf, auf die Runde, die bringt eh nichts mehr. Hast du Granaten? Ö, Granaten? Ne. Warte, ich will mal erstmal das Handy jetzt hören. Ja, warte, liegen wir gleich irgendwo gerade an? Ne. Dann, spring, spring einfach. Spring einfach irgendwann irgendwo runter. Oder verlass das mit. Ida. Ich hab ne WhatsApp bekommen. Drei neue Waffen und fünf neue Items gelegt. In Fortnite. Was? Diga, was ist mit Fortnite? Warte, ich muss mal kurz eine FA verschicken. Wie heißt der Typ? Der echte Boss, 91. Ida. Der... Echte... Ja, Philipp, der Typ hat 133 Siege. Ja, Philipp, der Typ hat 133 Siege. Also... Der... Der... Echte... Also... Von dir können wir erstmal einen 100 Kill mitnehmen. Tor für Mainz. Das ist unglaublich. Unglaublich. Der Typ steht FIFA. Der hat NETO gezogen. Er läuft bei den. Jo. Ida. Was ist die Party? Ja, auf 3. Passt. Okay. Passt alles. Ida. Und um fünf Uhr? Haben wir fünf Uhr? Nee, Philipp, hoffen. Alla. Was ist denn los? Was? Der wollte um fünf Uhr. Ey, richtig Öl, Philipp, ich hatte heute einfach Schule. Echt? Ja, Takt auf den 4. Ja, Takt auf den 4. Auf den 4. Nein, das ist nicht. Das ist extrem scheiße. Irgendwas wir dann im Unterricht gemacht haben. Ey, das... Bin mir ja gespannt, wie Colin's Stimme ist. Ich hab FIFA verkauft. Ja, komm mal jetzt in die Party rein. Ich mach mal deine Stimme an. Wie, du rennst jetzt weg? Okay, dann kriegst Alu. Bleib mal mit denen. Da bist du wieder. Er hat FIFA verkauft. Ida. Wer will? Shorty? Lass uns mal als du ähm... galtiger Frühling gehen. I like dick and hold that. Lass mal Kampffindern. Welche... Was für die Zahlst du da oben bei dir? 130. Oder 34. Wer sind 120? 116. 200? 126. Jetzt bin ich rüber auf 44. Gar nicht, hab das noch jemanden muss. Äh... Two teams, two teams, two teams. Ich komm, ich muss mit zu dir. Das ist so... oben ist nichts ich habe auch noch stellen eine schrottwaffe wir müssen ganz überliegende aus so schnell wie es geht nein es ist schon wieder auf dem weg zu uns ich gehe der ausgang das wieder durch ich muss die falle hier platzieren dann durch ich will durch ich gehe raus unten unten da seiten ja ja wenn es sind die geistersten achter fallen du bist an der lüte mit anderen kamen das könnte ich heiße hier doch was passiert und nicht und nach unten hier das war los ich habe weiß die tue Wir müssen mal in die Zone. Nein, 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 das war's nur mit der Zone. Ich werde da vorne mal Granat rein, okay? Ich hab' keine mehr. Weil du machst ja keinen Schaden in den Granaten. Ja! Weil das ist ja vorteilig, ich kann einfach immer schießen mit Raketenwerfen. Man kann sich auch immer ins Kettel schützen. Man kann sich auch immer ins Kettel schützen. Ja, ich weiß, ich weiß nicht, was ist los. Willst du sie? Willst du sie? Willst du sie? Willst du sie? Willst du sie mal mit schießen? Mal rollen, rollen, rollen. Oh, ich kann mich nicht so. Joos, da bist du ja wieder. Was los? Ja, ich weiß, ich weiß nicht, was los war. Irgendwie Internet weg oder sowas. Unkomplett rausgeflogen. Hätt schon mal, dass du, dass du dauerst. Kiste, ungelotet. Ich geh Kiste. Hier ist ne coolen Pumpgun für dich. Brauchst du? Ich nehm mit. Ich geh blau. Pumpgun? Achso, ja, warte, nee, warte, dann hat sie das schon wieder los. Okay. Küss die ohne, hudeln. Küss die ohne, hudeln. Kiste... Lass uns gleich Schock an, oder? Scheiße, ich hab's nicht Schuss. Wie lange dauert so ein Spiel? Verdanken und so spült. Philipp? Wie lange dauert so ein Spiel? Okay. Oh, Freiburgs-Donner! Oh, oh! Du meinst immer, meinst immer nichts, ne? Ja. Deswegen, das fände ich nicht so gut bei der Rauchgranate gemacht. Die Rauchgranate bringt halt auch nichts. Ich bin in einem Kreis gelaufen. Nice. Früher hatten alle so Hype auf Rauchgranate, ne? Ja, ist halt echt. Ich hab zwei Waffen, ne? Die YouTuber immer so, Digga, das wird richtig geil. Da kommt so ein Schrott bei raus. Ich hab zwei in denores Sädee noch ein, Wurröb, auf eine Sädee. Ich hab zwei in den einen. Ich hab es relativ gekriegt. Ich hab zwei Waffen. Ich hab zwei Waffen. Ich hab zwei Waffen. Ich hab zwei Waffen. Die Mutter hat rot. Ich hab zwei Waffen. Mainz. Mainz gewinnt tatsächlich gegen Stuttgart. Ich kann dir so viele Hits geben, ne? Komma, Raleigh, 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 Raleigh. Komm, Peter. Spiller, Rolex. Nein, nein, Philipp, Philipp. Copyright, Copyright. Komm, Peter. Komm, Peter. Aus. Aus. Ich wusste nicht, dass sie das für streng abhaben. Ja, ist an. Man hat nichts gehört. Warte. Jo, du hast dich an, wie Darth Vader. Kein Spaß. Nur die Antis. Dann hätte es dein Mund und der Tsunami groß. Da, Titan, Titan, Titanjumper rum. Ich verteile richtig gute Hilfs. Da stehst du eine Rakete auf uns. Er wurde geschnipt von oben. Du wurdest auch geschnipt, oder? Ja. Renn einfach vorbei. Nein, ich muss erstmal heilen. Ja, die haben die Sniper. Dann haben wir anders geschnipt vom Dach aus. Philipp, komm hier runter. Muss ich eigentlich schon gehen? Nein, nein, Philipp, da ist noch wer anders. Tor für Frankfurt. Wolfsburg liegt ein, zwei hinten. Philipp, Digga, da sind Sniper liegen hinten. Du musst vor uns laufen. Philipp, vor uns laufen. Wo ist er? Ich schieße gleich. Ich schieße gleich. Schieße. Ich sehe nicht mehr. Warte mal. Wer ist in der Halbzeit? Wo ist er denn? Boah. Ich sehe es. Auf eine Hut. Ich sehe es. Einer von denen will pushen. Einer von denen ist genau für uns. HIT! Dein Typ ist neben uns, ne? Wenn du natürlich mal weißt. Ja, ja. Ich konnte halt noch mehr mit dem Sniper. Ich würde weg. Heimlich, heimlich. Mach sowieso kein Sinn. Eine kommt. Ilida. Ja, weiter du. Leipzig führt 1 zu 0. Ja, weiter du. Ilida. Ich muss mal ganz kurz meine Mutter, weil ich halt so ankommen sofort. Ja. Ja. Hi. Ich knifft zum Und zieht Tromma los b jetzt jetzt hier ist doch wieder wieso st st okay ja ich hab wir sind st ich hab jetzt irgendwie, ich hab die Check-Audio von Just ausgestellt. Stimmt. Kannst du helfen? 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 Ich hab keine Waffe, ich muss erst mal ganz was tun. Ich hab sie nicht abgeschossen, aber ich hab sie gesehen. Das ist nachteilhaft. Kannst du kommen? Einer wird pushen. Ich wurde gesniped. Wow. Ja. Ist halt echt so, hab ich mir grad auch gedacht. Hat er nicht einfach gesniped? Ja. Und wir haben's kriegen und alles. Hier wird jetzt. Hier wird jetzt. Hier wird das jetzt gemacht. I just wanna rolly, rolly, rolly. Lass uns mal hin. Lass uns mal hin. Ja. Wie läuft? Kommt gut. Ich hab die Check-Audio von dem. Ich hab noch so viel Adrenalin von den Lingen. Wie gesagt... Ja. Wie hat die Zuckerwarte so teuer gemacht? Ich war das nicht. Das ist ein frech halt. Ein Euro war das. Nein! Kleine Zuckerwarte 5 Euro. 5 Euro? Ja! Keine Ahnung. Ich war das so. Was ist das? Was ist das? Wir haben die Zuckerwarte verkauft. Ja. Weil ich aus dem Klasse... Aha. Einfach von der Zuckerwarte. Das ist richtig. Ich hab mal... Ich hab mal... Ich hab mal nach... Ich hab mal nach... Nein, wir gehen nach Tomato. Geht direkt unter uns nach Tomato. Ah, ist gut. Wie sagt ihr überhaupt Stremmer? Und seid ihr fertig mit dem Match? Ähm... Ich werde zu sagen halt... Mann, ich will endlich mal diese dumme Tüte aufmachen hier. Ich hab oben auf Gummibärchen. Oh, ich will... Wir haben auch keine Gummibärchen auf. Ich will nicht mal eben eine Runde. Zwei ist mein Tunnel. Zwei ist mein Tunnel. Nein, oder? Nein, nein, nein. Ey, ey. Ey, ey. Ey, ey. Ey, ey, ey. Ey, ey. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. comin' rise nen äh O ya ya? O ya ya. Oh, ski 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 ski. Nein, so ONi. N Gebärchen kann sein, oder? Oh, keineowed. Ich hab wirklich gedacht, dass wir nicht mal... Ich muss mal zwei Kisten. Eine, Isi. Salve, Schildrang, Mini. Ich hab zwei Sturmgewehr... 2 Stunden,ückbeere. solve... ... stungwerk vor der tüte ich nicht bist du da ich gehe im tunnel pushen hole ich mir noch nicht noch nicht noch nicht kommt ein habe ich ein habe ich ein habe ich der gott der typ ist hier vor meine scheiß fresse philip philip ich bin dauerung zu löst ich bin bitte danke ganz über eine püssel der typ dank ich wollte die piste ich hätte das denn gemacht so hätten die alle ich habe die normalen ich habe von haribo die eine komplette tüte ja was sollte da so dachte auf der tür ja nee weil ich bin eigentlich krank weil ich habe mir irgendwie eine grippe ruhig ich weiß nicht wie auf jeden fall geht es mir nicht gut was macht man wenn man eine kredo hat genau sagen ja was soll man anderes machen habe auch gemacht Ja, jump it! Was? Hallo! Moin. Jump it! Welche wieder? Digga, ich will so kurz in einem Wohnwagen auf einmal kommen die Damen hier vorbei. Ich geh auch. In die Stadt. Geh ich nach. Schiele? Ich geh vor zwei aus. Ich geh Hauptsitzung. Das ist ein Team. Tor für Freiburg. Freiburg für 2-1 gegen Leipzig. Alles klar. Schade, Pia. Ich geh in die Hütte. Sniper? Sniper? Ich war nur Sniper. Grüßt du mit der? Nein, ich hab noch einen Sniper, da war nur Scherz. Ich war wirklich der Sniper. Beim E-Swehr, Hilfe! Die Grisse, die Grisse, die Grisse. Echt, da ist wirklich so jemand. Danke. Einer hab ich. Da, 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 da liegt ein Schocker für dich. Jeder! Okay. Robin. Komm, komm sein Mattes. Mhm. Ey, ich geh richtig gerne Partybus im Moment. Da war noch jemand. Guck mal, ich guck. Ja, guck mal. Tatsächlich, ich geh in den Tunnel, geh zur Brücke. Ich geh in den Tunnel. Ich geh in den Tunnel. Raum. Oh, weiß ich, was ich auch habe. Was? Kann ein Stück Pankern aus Natur. Ja, klar. ich glaube keine taktische die brauche ich die frau ich die frau ich die selber dann lieber noch ein mini schild und warte noch die müssen wir irgendwo nicht hier drüber auf jeden fall erst in die farm kann ich habe welche und wenn ich den jetzt ja Was sagen du? Hier kommt jemand! Hallo, genau da. Darf ich jetzt mitspielen? Ich hab trotzdem beide. Kann ich jetzt das Spiel mitspielen? Oder ist das schon vorbei? Das ist schon vorbei. Ich hab den einfach aus und Hatshot. Och Mensch, ich wollt mitspielen. Du zwei kühlt, ich zwei kühlt, wenn der so ein Hatshot ist. Aber ja. Ich komm auf einmal rein. Ich denk mir nur so ein... Einschuss, Hatshot, tot. Und der andere kam rein. So ein Teammate. Aber die waren beide da. Beide haben auf mich gezählt. Beide haben mich auch getroffen. Aber ich hab's trotzdem beigekriegt. Hacker. Du willst... Wir gehen in die falsche Richtung, ne? Ja, ich will nur noch ganz gut tunnen. Ey, prüge. Rally, Rally. Aber Rally, 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 Rally. Aber guck mal. Du hättest da auch keine Zeit mehr oder so zu sagen, ne? Du bist einfach geschossen. Ah ja, gut. Hier waren sie. Die Tunnel gerade in der Krippe kam. Kamen die von oben oder von unten? Die kam von unten. Hecker. Äh, falsche Richtung. Falsche Richtung. Fertig, jetzt ungefähr doch. Ich geh schon mal in, in eine Sohn. Nein! Wir sind nur ganz kurz in. Achso. hänze welche kordi als 20 weit weg sprichst du nach weit weg oder nach vorne bei der brücke ich sehe sie nicht so da laufen sie doch also ich komme ja noch einer den einholen hallo ganz ruhig wie kommt das jetzt hier irgendwie lächerlich vor also ich hätte den eingeheter gibt in den headshot der sagt dann erst mal sit down ich habe noch drei medikationen als ob du roman guckst Ach bist du da, Philipp? Ja. Hä? Ach so, ich guck keinen Roman, ich spiel gerade mit dir. Jo, was guckst du, Roman? Ja, ich guck mal, ja, komm rein, ja. Aber Entschuldigung? Ja. Ja. Ich hab immer noch so scheiß Boogie-Bombe, ne? Boogie-Bombe. 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 Ja, die hab ich immer noch. Ja, gut. Ich hatte geschützt, ich hab die ganze Sitz. Ich hab einfach drei Medi-Kills, hast du noch Mini-Kill-Dies oder so? Einen bräuch ich mal. Nee, ich hab keine. Nee, den hältst du selber noch. Ich hab keine mehr. Wie viele Kills haben wir jetzt insgesamt? Sechs. Komm her, komm her. Philipp, ich glaube ich viermal bald eine Tabelle mit allen Team-Kills. Also mit Team-Kills insgesamt. Kann. Ja, ja. Also mit wem drin? Die meisten Kills. Ja, aber es kann ja nicht sein, dass ich nur mit dir auch braviere. Kommst du? Ja. Das ist halt krass. Ja, genau. Okay, dafür hab ich den Platz gebraucht. Danke. Verbände Ida. Nein, Verbände ist eigentlich das Unentschieden, was es gibt. Lass mich mir nicht mitnehmen. Ich hab genug Slots die Frage. Ich hab auch nur einen. Nein. 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 Ich hab ja grad, wir haben ja grad unsere Bunkie-Bunkie. Würdest du Verbände nehmen, vielleicht? Kann ich machen. Ich kann jetzt einfach so viele Headshots geben, ne? Du stößt einfach nicht. Ich geh mal zum Loot. Ich hol mir doch mal ganz kurz die Küste, die da in den Truck ist. Du kannst schon mal zum Loot vorgehen, wenn da jetzt keiner ist. Ja, nein, nein, nein. Ja, nein, 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 nein. Ich will auch halt komplett nicht haben. Anarchiert. Krasslos, ne? So, wie mini-schulig, wie gesagt. Ja, nee, du kannst einlutschen. Die zwei anderen Geld hier. Bitte, ähm. Und Leute, probieren wir die. Jetzt auch mal einen Baum. Nee, oder? Doch, ich sehn. Nicht anschießen, nicht anschießen, ganz wichtig. Ich hier wär's. Ich hab's wirklich Bock, ich baue. Ich hab's hier wär's. Nee. Ich hab's hier. Ich hab's hier. Ich hab's hier. Ich hab's hier nicht so aus. Bau trotzdem ein. Ja, nee. Oder nee, nee, bau ihn nicht ein. Bau ihn nicht ein. Bau ihn nicht ein. Bau ihn nicht ein. Ist so unauffällig. Okay, negativ. Warte, komm mal runter. Kann man runter. Äh, ich... Warte, medikit? Kann ich niemand mitnehmen? Hab nichts, das wird. Hier sind zwei mini-schuldig. Und dann nehm ich wieder das medikit nicht. So, jetzt hab ich vier medikit. Bist du gut, bestens ausgelustet. Alter, guck mal. Es waren so viele... Ich hab' echt nur drei mini-schuldig. Und jetzt hab' ich auch noch... Guck mal. Wir haben sogar... Letchika... Ah, nee. Ich hab' dir grad noch drei mini-schuldig gegeben. Die haben sich verdoppelt. Ja, ich hab' noch drei jetzt. Ja, ja. Das war... Dann hast du drei vom Nutropfen erhalten. Aber ich hab' schon zwei. Ich hab' schon zwei. Ey, Joost. Joost, mach's mal bitte aus. Aber Letchika-Nandwerfer ist nicht so schlecht. Ja! Jetzt bist du fertig. Ich hab' jetzt die Kranatwerfer jetzt nicht so schlecht. Mit der können wir richtig schön Bomben, ne? Hast du zufällig Muni dafür? Und Steiber-Money? Nein, bei Muni hab' ich noch nicht. Geht nach! Geht nach! Geht nach! Hast du gesehen? Ja. Ja. Im Haus. Ja, ja. Die gehen hoch. Die gehen hoch. Die gehen hoch. Ich bin direkt erst mal reinzulang. Die haben mich. Hab dich, danke. Gut. Geh wieder... lider... Nach dir wieder gewنscht. Gib wieder! Du schallt mich wieder! Du gehst. Ich... I.. Dann nehm ich kurz schnellaydimi Shunina. Ne? Joa, aber die haben ein decompos significa. also jetzt ist ein extrem ausgeglichen so müssen jetzt mal prüfen gehen das ist ja ich bin ja eben für die haben wir zu kommen kommen ja baue ich baue ich zu mir baue ich mir baue ich einfach zu mir das ist ja das war knapp bei einer post von rechts ich habe gegeben der dauer hat der dauer hat er hatte 23 hp und der andere fasche 3 1 gegen hoffenheim 3 1 gegen leberkusen und freiburg wird immer noch 2 1 gegen leipzig das ist die entscheidung die glattbacher werden das ist am 2 0 2 0 2 0 verstehst du das das ist ein sehr beliebtes urlaubs ziel ich zahle so oben stehen im grädi grover habe ich 294 ich habe 283 ich habe die runde johann danach ist johann erinnert ob ich das schieße ich weiß ich tue ich manchmal weil ich schließt bei mir damit die spielst du es die haus Ja, wir haben schon... Ja, Tobi, wir haben schon schon... Na... Ich bin tot Was ist das? Ich komme gleich Ich bin tot, wenn wir rauskommen, wir sind nicht Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot Ich habe noch nicht Ich habe hier nicht Ich bin tot, ich bin tot oh Gott ist das jemand? Moin Oxygen ist der hier drin oder was? Oben, ich habe ihn gesehen er kommt die gehen hinten raus ich bin down oben aufs Dachmeier Philipp kommst du rein? tschau Julian tschau Ida los jo kommst du jetzt einmal ah ja jetzt aha aha so mit Dur oder? ja okay gut das gewinnen wir jetzt hoffentlich hast du eigentlich den Rängschirm mit dem Schleeflocken oder ohne? mit und ohne gute Antwort mit und ohne ja ich habe auch beide nur welche benutzen ich benutze mit ich auch ja also Hexen was? nein ich hecke nicht alter klingerlängerung Post Oster doch mal du Hexen ja okay ja okay du was ist denn jetzt mit Französisch mit Englisch und überhaupt hm hm hey komm mach mal oh du hast ja manchmal du hast ja manchmal im Haus der kapiert, dass er die Tür schließt ich habe nicht gesagt kommst du? oh ich komme zu dir ich habe äh mini Schildränke lass mich gleich aufgeben das tun habe ich alles um schiebt bis zum grönen pappern weiß jetzt noch eine grüne für dich ich muss mich anfangen ich bin hier ich komme nicht weg just echt nicht ja ich bringe es geht nicht kommen direkt ich glaube man kann das ton ja jetzt jetzt geht es ich bin draußen jemand ich geb den grünen pappern ja hätte ich voll kann ich habe dann gehört falls ihr irgendwas nicht so das ist der große schild los komm her fußball jetzt hier ich verarschen da war ich schon komm 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 marie marie nein wieso geht er nicht rein los kommst du auf einmal das kann er löst wo da nein wo und grätsche da ist die grätsche ich bin zu dumm die die scheiße ich bin zufrieden jetzt und oh nein ich bin auch verteidiger also von daher ich bin irgendwo ganz ausgelegt vielleicht mal wieder auf den ball wechsel schießen jahr schön zu dem baden direkt durch die beine und jetzt ich bin ernst oder wohin sagen Man kann den Ball nicht kaputt schießen. Ja, Tacke. Kann ich hier wohl Schaden machen? Nee. Oh. Lass weitergehen, oder? Ich habe kein Sturmgewälder. Warte, hier habe ich zwei also noch nicht gelootet. Nee, das ist ein Fuss. Hackfleisch. Noch eine grüne Pump. Kannst du den praktischen Pump? Auch grün. Was ist das denn hier? Man, Schildranken. Von Sturmgewälder ist kein Schrotz umrennen. Nein, meine Meinung. Was ist hier passiert? Joos, kannst du mir das erklären? Nein. Kann ich nicht. Da war ich nur nicht drin. Hast du eigentlich Leute ermordet? Nein, habe ich nicht. Ich habe nur Ekels. Pass auf mich, dass sich hier eine hinter der Tür versteckt. Joos. Ja. Du lagst da gerade eine Person am Boden, die Blut überspritzt war. Ja, garantiert. Ich habe es nicht mehr geht. Hallo. Ah doch. Nee. Hä? Es geht nicht mehr. Ey, haben die die Backe gemacht? Ja, es geht noch. Es geht noch. Ja. Nein. Hey. 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 Bei mir geht das nicht. Was ist das? Bei ihm? Hast du Materialien? Was? Hast du Materialien? Was? Was? Hast du Materialien? Was? Hast du Materialien? Oh, die Bäume nicht ganz hab, ne? Besonder. Was? Besonder, ist doch toll. Nee, das sieht aber jeder. Nur halb so jeder. Also nicht jeder, sondern nur die Hälfte von jeder. Okay, jetzt hab ich wieder 93 Holz. Oh, das hat er erstmal mit den Anmacht rein. Ops. Super. Warte, hier oben hat gerade auch jemand was abgebaut. Hacker. Lass den Typen mal töten. Zwei Leute sind hier. Wo? Ach, hier oben. Zum Tag. Papa. 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 Dankeschön. Nimm dir die Schlaufer. Hier, finde ich eine andere Dinge wie. So. Super. Oh. Ein schönes Dungel. Medi-Kid kann ich mal mitnehmen. Jetzt habe ich zwei Medi-Kids, Ida. Hier ist noch ein Gründer für dich. Ja, ich hole mich gleich. Das war genau die selbe Situation. Ich sag, guten Tag, gib ein Headshot, geh zum anderen, guten Tag, Headshot. Wie viel Munition hast du für Sturmgewehr? 142. Ich habe 170. Hacker. Wieso? Wieso? Oh, ich liebe es. Bei der Händler ist ein Lootrop unten. Ja. Ich markiere. Ich werde gerne die Zahlen nicht lesen. Ah, warte mal. Der ist ja gelandet. Da ist keiner. Lass mal auf Gönnung holen. Aber wirklich nur auf Gönnung. Nicht jetzt hier auf Ex. Auf Gönnung. Das ist ja. Wo? Der war genau von meiner Fresse, das geht mit dem Typen ab. Warte, bewacht du, ich mach den hier kaputt mit meiner Fick-Axt. Oh, bleib doch da, Alter. Was? Wo ist er Mattes? Schön, ich habe mir jetzt gesagt. Soll ich mich gerade auch. Egal, dann gehen wir jetzt mal zum Glück. Jo. Ich sag, was hast du so gute Augen, was im Ernst? Du bist genau von ihm hergelaufen. Ich versteh nicht, was für schlechte Augen du hast. So. Okay. Wenn ich mich abschließen wollte, ich schaue es jetzt auf eine Scheibe, da verrückt man einfach. Okay, da ist ein zweiter. Ich sehe schon den zweiten. Da wurde gerade nur tot geöffnet. Legende Reiter für dich. Nein, ich habe dieses Scheiße. Das ist keine One-Shot. So mag ich nicht. Da hinten ist noch einer. Wo? Da. Ähm. Ich kann die Zeit nicht bei mir nicht lesen. Ich glaube 333 oder was es da hinten ist. Ah, da hat er gebaut. Wo? Rechts daneben. Okay. Guck einfach da. Da. Ah ja. So. Genau. Wo du sniped? Was geht denn mit dem Team ab? Okay. Wir hauen ihn mal ab. Wir hauen ihn mal ab. Wir hauen ihn mal ab. Ach, genau. Vorhin landen wir einen Lutrop. Hä? Der war schon so gut in der Zone? Da ist ja noch ein Lutrop. Warte mal. Den markieren mal. So. Hast du geschossen? Ja, ja. Oder? Ich habe kurz einen Lutrop markiert. Den da vorne. Da vorne ist auch... Hier landet gleich auch einer, ne? Geh immer zu den Bäumen. Ja, da vorne ist er. Wir haben Steiner gefunden ansehen. Da oben. Auf dem Berg. Wo? Auf dem Berg. Hast sie? Krass. Nein. Gib den Lutrop. Kanalwerfer. Erlägt mich doch im Arsch. Du schaffst mich ein. Ich muss mir Gass geteilen. Der Typ hat sich eingebaut, der auf dem Berg war. Gehen schon bauen oder sowas. Aber nicht auffällig machen und selber bauen. Ah, ne, ne. Paschen. Was? Von hoch? Scheiße. Ah ja, gut. Ich habe gewählt. Einer hat den Schläufer. Ich brauche selber mal ganz was hier. Ich verbinde mich mal kurz hier draußen. Fuck. Man kann ja nicht vernünftig Dingens. Los, 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 los. Komm mal ganz los hier rein. Mehr die. Äh, Dings. Rumfläche. Los, komm hier rein. Ja, warte. Alter, mach mal hier in die Tür rein. Ach, da ist schon. So, jetzt. Komm hier hoch. Jetzt haben wir ja. lol wie spät hat sich mein Regenschirm erst geöffnet ich hab mir Schildtränke mitgenommen automatische war wie der Turm sehen er kommt pushen ich hab ihn einmal gehitet Joost komm her Joost komm her ich hab ihn einmal gehitet das ist so scheiße hier der Berg das ist eben von mir das ist so scheiße das ist noch ein Punkt unter den Top 10 bei mir im Profil das ist noch ein Punkt unter den Top 10 bei mir im Profil ich möchte ganz einfach mal gewinnen wenn ich jetzt heute noch mal gewinne wenn ich heute zweimal gewinne dann bin ich so krank hätten dann hast du wenigstens einen guten Matz ist davon daher aber ich verstehe es nicht irgendwie bringt dann das ja nichts wenn man dann noch mal gewinnt oder gut für die Statistik ja aber man kriegt nur beim ersten mal irgendwas ne vielleicht kriegt man ja wenn man gewinnt irgendwie irgendwelche V-Bucks beim zweiten Mal oder sowas bzw. Ganz rein Krass 2 3 4 1 Was ich so richtig dumm finde, wenn man sofort richtig abgefuckt wird. Man kommt in eine Runde rein, landet auf einem richtig guten Platz, kriegt eine geile Waffe und dann wird man erschossen. Ja, ist echt so. So was finde ich dumm. Hier ist ein Gewinner bei mir. Echt? Ich habe Runde-Pump. Wo ist der? Ich sehe ihn. Wenn ich hier befalle, ich gehe da mit raus. Pass auf, ja, pass auf. Hab ihn. Kleiner Trickstag, Alter. Auch fuck, der hat hier ganz viele Fallen hin gemacht. Richtig beschissen. Weiß Stück unten. Ich bin gerade auf dem Weg mal irgendwie mit dem Lampen raus zu fliegen. Weil ich komme ja definitiv noch raus. Anders kommst du da nicht mehr raus. Was ist das? Wo ist sein, wo ist sein, wo ist sein Maid? Das ist ein Kamerad. Ja, wo ist sein? Wahrscheinlich ist er im Tunnel oder sowas gelandet. Ich bin jetzt noch raus. Was ist denn eine Waffe? Geh einfach durch ein Fenster. Oh, bist du schon draußen? Oh. Hallo. Ich habe nur eine Pum. Oh, shit. Ich bin fast wieder belegt. Danke. Was war drin? Schlumengewehr kann ich? Ja. Gut. Du Arsch. Dann nehme ich halt die Hütte hier unten noch mit. Kann ich auch noch. Da haben viele Leute, weil mich noch als Tollewor. Noch ein Schlumengewehr. Cool. Ja, guck, ich meine doch, du hext. Hab ich doch gesagt. Nein, natürlich nicht. Bonjour, wie geht's dir so? Ja, mir geht's gut. Im Moment. Immer. Einigem was. Ja. Mir ist halt ein bisschen schlecht. Ach ja. Dir ist schlecht. Ja, mir ist schlecht. War ziemlich. Also bist du schlecht. Ach, Julian. Ja. Nehmt das zweite aus, oder willst du das haben? Äh, ich geh in das zweite aus. Neh, hee. Das ist mir unschränkigal. Die Klotz, Alter, die nervt einfach so übel. Äh. Äh. hast du gerade eine granate reingeworfen nein brüder nicht was du das jetzt oder mich die erste war ich die zweite nicht doch gleich vorbei was ist es? was ist es? was ist es? Was ist das? Aja, 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 aja. Da hat sich wie eine Base gebaut. Auf dem schönen Haus. Oh, ojo. Ich sehe hier ist... Wahrscheinlich war das der Mate von dem Typ, den wir vorhin umgebracht haben, oder und sagten weil ich noch was ist im Fernseher wieder zu verhindern die Welt ausschalten so okay so gut wird oben du kriegst jetzt noch eine schöne Pre-Nade reingedrückt zack natürlich war da keiner drin er baut zu kleine Pussy werden bestraft, also komm ich nur hoch keine Spaß, für Camping in Hütte werde ich jetzt wieder ne ist der drin oder der ist irgendwo auf dem Dach, ich bin jetzt auch auf dem Dach also in seiner scheiße nein, so knapp, pass auf der ist auf dem Dach ich geh runter Digga hast du? ja ja hier ist ne Falle, ja 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 denk dir ach da bist du hallo hier sind einige Feind, pass auf ich bau mir einfach ne Treppe und geh so raus ich komm mal hier oh alter verbinde hier da ist ne Falle wo? also geh mal hier gar nicht kurz bin ich wieder in die Badewanne reingefallen freut mich aber so fallen können richtig mies sein ok ok hier ist kalt über ich bin draußen wo bist du? ist da einer? hast du vielleicht irgendwie verwende auch für mich? bitte da ist niemand ich wollte die Kürze abschieben wo man die Bäche übernehmen dann auch noch ein Ding gebe ich dir dann ne wollen wir die Bäche übernehmen? was? die Bäche? ja ja können wir machen nur wir müssen hier ein bisschen Granaten festmachen warte ich hau hier ich wollte hier eigentlich eben die Treppen kaputt hauen ja wir müssen allgemein mal hier ein bisschen höher bauen komm mal her da kommt wer ja 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 wo? da oben ähm der kommt gerade direkt auf dich zu glaube ich ja er kommt direkt auf dich zu er hat ne Snipern da oben ja moin nein nein wie gibt er mir einen Headshot? nein 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 ich bin meine Säle meine Welt und der Schöne ich bin allein und all meine Säle mit meiner Welt und der Alfred bin ja keine Maschine ich bin ja keine Maschine ich bin ja sonst und Alfred singst du da gerade ich bin keine maschine von team bin ich bin keine maschine ich werde mensch aus fleisch und blut früher habe ich das nicht immer richtig gefeiert ich zwar ich weiß zwar nicht wieso aber ich hab's gefeiert wenn wir wenn wir raketenwerfer bekommen lasst dann raketenritsch probieren das ist der neue tanz was das ist der neue tanz welcher der raketenritsch garantiert sollen wir wieder tomato oder müssen einfach mal eine runde gewinnen das ist ganz einfach aber die idee mit der base da oben ganz sehr gut gefallen also das ist ruhig auch mama die zuletzt nicht einfach schneiden was soll das ja guck mal ich hab dir nicht gesehen ich war auf den anderen konzentriert ich fliege gerade einhändig hier will noch einer hin hier will noch einer hin ach diese kleinen schlinge ich finde das so nice wenn sich dieser regenschirm öffnet glaubt diesmal sind wir nicht wirklich alleine dann machen wir einfach das hier beginnete hütte also du wir looten kurz und dann machen wir die welt einfach dieses dach das ist so kacke erst mit teil dann stein hier ist eine pampi kommt und ich habe zwei schildes und ein typ vor der tür ich jetzt ja da ist blau sturmgewehr bist du gerade im gefecht gewesen da mache ich mich mal schnell auf den weg weil da wird gerade mit schrothflinte schwer geschossen das reingehen mit baseball oder ja ja ich brauche noch materialien ach du mich sehr der macht märkig der mit alter von dahinten ja was alles klar das war eine scheißrunde das war eine scheißrunde das war eine scheißrunde oder der wurm einfach alter juhu alter alter der hat sich noch da fragste noch vorher der tanze und wieder weiter bescheid wo wohnst du eigentlich wohnst du im maßwerk oder heimlich hausen oder heimlich hausen oder heimlich aha aha wo wollen wir raus wieder tomato oder zum gefängnis so voll ist es bei dem bösen ist jude dach dann schau mal gut 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 die die geld vorgab dass eine person anrufen warte mal kurz wo ist er dann da und dann muss ich machen so gut ich gehe zur höhe du gehst wieder wie mal kurz levy an ach so hier steht da ja ich glaube es nur leppi was hast du schon wieder so normal ist das richtig auf kameras mit mobile daten an sich wird zum wetter ja ich habe granatwäffer jedes mal wenn ich die truhe öffnen rufe ich vorher joh dann neun just ja sniper echt jetzt wieder und titel bei gemieden ich habe sturm gewährt zwei taktische schrott für 0 5 verbände der muss acht mal oder so das ist heißt du muss ja just ja ich möchte keine beleidigung ich nehme eine kiste denn von der zwei sind jetzt nur eine kriege ich den wenigstens ja muss ich ja warte ich komme in den tod der juli warte warte bleib stehen alter ich will das neue geben ja zwölf schuss und granatwerfer hast du da kann ich auch noch was geben da liegt in den vorderen liegt nun muni drin in den hinteren liegt gar nichts ein bisschen leise vielleicht immer ein bisschen zu der nähe dran jos ja schön trank werde ich trinken kurz just ja wir sind zwei hast du da zwei leute toll hallo du kleiner art man er gut dass ich verbände habe los ja bitte danke kann natürlich alles aber total ok das war er endlich mal der erste korrekte teammate äh gegner weil der hätte ich diesmal nicht gefühlt ja wird bei jungen falls er gerade sich über ihn lachen dabei dann kann ich habe ich habe die ich mache die container kaputt ein bisschen zeug weil es noch mal jetzt schreibt man kommentar mit deinem levy Guck mal kurz YouTube-Sonderzeichen. Voll auf Start. Man kann irgendwie einen YouTube-Playbutton machen, mein Computer. Was? Komm, du hast Wasser bauen. Ja. Das wird jetzt die erste Folge von Wir bauen eine Base. Ich hab 107 geteilt. Und jede Tür muss verschlossen sein. Munition kann man immer mal gebrauchen. Jede Tür muss geschlossen sein, wirklich jede. Und wenn du nachher reinkommst, musst du wirklich jede Tür wieder schließen. Ja. Es gibt... Es gibt... Es ist ein toller Playbutton, Luca. Freue mich. Ja? Ja. Playbutton gibt's auch. Ich guck mal, was ist hier alles... Ich hab kein Facebook. Dann komm rein. Oha. Es gibt richtig viele Sonderzeichen. Komm her. Ja ich hab grad nur Munition... Ich hab jetzt nur, Metall ne? Ich hab jetzt nur, Metallen ne? Also und 15 Stein. Ja, ja, ja. Ich hab jetzt nur, Metall ne? Ja, ja, ja. Ich hab jetzt nur, Metall ne? Das ist voll dumm, dieses Zeichen. Was macht das noch cool? Alles cool. Hä? Genau. Aber es gibt den Playbar für mich, das ist voll scheiße. Das ist voll scheiße. Hauptsache... Oh Mann, was gibt's denn für einen? Müll. Hauptsache es gibt das hier. Das hier... Und... Nein, falsch rum. Wollen wir das noch nicht gehen? Hey wo ist das andere? Wir spielen... Und ich vom Besuch ging. Hauptsache, es gibt einen Schach. Hast du eine Pumpgun oder sowas? Ich habe drei Stück überflüssig, weil ich kein anderes Sturmgewehr oder sowas gefunden habe. Eine Pumpgun? Nee, ich habe nur taktisch. Ich habe nur Schrotz hin, also nur taktisch. Okay. Leider habe ich nichts anderes. Ey, wenn gleich Loot Drop direkt neben unserer Base ist, wir müssen den einbauen, ne? Nee, ich habe nur 5.000 Euro Block. Mach das mal. Ich danke 5.000 im Monat. Dann brauchst du ein Projekt? Lol, schicke ich die gleich mal. Hätte 5.000 im Monat, dann muss ich ja nicht mehr zur Arbeit gehen. Blut Drop, der ist ganz in der Nähe. Da hinten ist er, äh, White Tomato. Markier mal. Ah, nee, nee, nicht markieren. Nicht markieren. Voll doppisch markier mal. Und da kommt der Nächste. Der wurde schon markiert. Es kommt ja zu uns. Wahrscheinlich. Ich möchte ganz lieber, ganz gerne noch einen höher gehen. Schieß die Lopentuch nach dem Brot nach Kürchen, Kölner. Komm her. Okay, jo. Also einer Loot Drop ist unten, genau. Der ist unten. Der, bei, bei, wenn du nicht. Der, bei, wenn du nicht. Der, bei, wenn du nicht. Der, bei, wenn du nicht. 2, 2 sind, äh, 2 sind bei dem, bei Tomato. Der eine wurde geöffnet. Es geht mir nur erstmal um die Läden, links in der Hütte da, links in der Hütte, links bei N in der kleinen Hütte. Da oben, da oben. Die werden geholt? Boah, sind das zwei oder drei Teams? Digga, das gibt's ja nicht! Ich krieg ihn nicht! Warte, der lädt daran Niedergeschritten! Hol den Niedergeschritten! Nein, ganz knapp! Ich hab einen Läden gezogen! Links von unten, Ludrop! Links von unten! B! Was? Bei B! Okay! Okay! Achtung! Du! 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 Wir! Du! 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 Jus, komm her! Ja, warte, ich hab mich kurz überrunten. Jus, komm her! Ja. Hau ab! Jus, nimm das Schampel und hau ab! Ich bin schon weg. Komm hier zu mir! Jo. Ja, Achtung! Hinten auf, hier! Bitte, bitte! Nein! Vierter! Wie voll ist der Witz, dass man guckt! Ach, Mann! Ach, Mann! Der Witz! Der Witz! Zehn Leute! Ja, ich weiß aber, wenn ich welche die Pace gebunden habe, kommt mich jetzt rein! Ach ja, ach ja! Dein Blick! Dein Blick! Dein Blick einfach! Was ist das, Juma? Hättet kamen! Julian, das war richtig lustig vorhin, als ich das Match gewonnen habe, ne? Ähm, ich geh zum Partybus, Finch goldene Sniper, ne? Also, voll... Also, keine automatische, sondern One-Shot! Richtig krank! Okay, hier ist der Raptor! Aha, aha! Was ist das? Was siehst du denn? Hey, Luca, alter Dümpster! Wie ich anrufe, eh woher es? Wohin gehen wir? Wieder zu Tomato? Oder? Ja, ja, wieder. Ja, ja, wieder Tomato. Wieder Base bauen. Das war ja nicht schlecht, würde ich mal sagen. Wir haben uns eigentlich gar nicht so vieles. Wir müssen aber noch besser werden. Jo. Sondern wir direkt in Tomato reingehen? Oder? Ja, also wir müssen erstmal wieder looten. Jo. Wir müssen erstmal ausschalten weil die geht. Später, okay, kein Gegner. Also, wir können ganz geschild looten. Jo. Jo. Anarchi wird auch nicht gelootet. Okay. Das ist jetzt ein Fädel. Ja, Anarchi wird auch nicht gelootet. Es wird jetzt schon eine mit dem Gewehr niedergestreckt. Nochmal! Jo. Jo. Boat Games hat 36 Abonnenten. Jo. Was ist los? Wer hat wie viel? Boat Games hat 36 Abonnenten. Ich mach mal lauter, aber das kann kommen wie alt ist. Dings ab, ne? Bisschen Zeugsfarben. Hör esschü! Gesundheit. Gedanke. Befolge ist weg und bittet, meine Leute. Befolge ist weg und bittet, meine Leute. Hacker. Was ist das schon wieder für ne Pornomucke? Scorpt AR, nee, nee. Jirland Scorpt AR. Joost, aber das ist einfach nur dumm. Die Frage ist, wollen wir jetzt wieder Action auf Action spielen oder Baseball? Das ist mir egal. Okay. Hast du schon hier Tunnel da heim gerommen oder? Ja, das ist ja auch so, aber von 4Games ist ganz schön scheiße. Also Tunnel war ich, als kommen wir, das ist fertig. Okay. Ich komm jetzt, ne? Ich bin hier, ähm, Treffer hoch. Luka beleidigt einen so straight und sagt dann, nicht als Beleidigung sehen. Ey, da hat jemand gebaut, warst du das? Wo? Äh, hier in Tomato drin. Ne, 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 das war ich nicht. Da ist jemand ein paar Treppen. Ich war das auch nicht. Was hat der denn gesagt? Wir sind hier nicht. Ja, dann werden wir da jetzt mal gucken und sagen, dass es hier nicht ordnungsgemäß ist. Fängt aus. Warst du schon in dem Haus? Wir müssen jetzt mal ganz kurz hier sagen, dass es nicht ordnungsgemäß ist. So wird nicht mit unserer Stadt hier umgegangen. So, jetzt reicht es mir. Jetzt kriegst du da oben auf die Fresse. Weil ich hab mir eigentlich dieses ganze... Das hab ich abgebaut, dieses Riesenloch hier rein. Aber das da drüber hab ich nicht abgebaut. Die fröhliche Jagd beginnt. Ah, genau, er war bei mir. Was, was, was baute so viele Treppen? Nein, das ist er. Ist gar nicht los. So, hier kriegst du erstmal ein paar Kanaten in die Fresse. Hast du schon gesehen? Nein, nein, der Typ ist hier drin. Safe? Safe? Bist du durch die Eingangstür gegangen? Ja, ja. Nee, ich hab hier oben gebaut. Aber die eine Treppe, die rüberführt jeder. Ah, ja, okay. Lass mich erstmal direkt erwischt. Oh. Krass. Ich muss mal jetzt was machen. Warte, Depp. Äh, oben aus dem Berg. Da oben, ja, ja. Weiß wem. Die sind auch? Bei S? Ja, zwei Leute. Ja. Du da nicht top FIFA, ne? Ich mach aber Ton aus. Ihr kommt überhaupt, ne? Headshot. Unhit. Kann sein, dass das Ziel, wie sie von der Skopter erneuert wurde. Hast du die? Ja. Weil das ist jetzt fast wie bei der Slider. Er hat mich. Heil mich, bitte. Heil mich. Heil mich. Ja, okay, komm rein. Sie pushen. Sie pushen. Sie pushen. Ja, Heil mich. Das schafft ihr nicht. So nah ist. Ja, ja. Volls. Guckst du. Ja. Ja. Ich geb dir drei Verbände, ne? Weil ich brauch auch ein paar. Hier. Oder ist er jetzt schon? Ich hab's schon. 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 Was? Als ob? Ach. Als ob da waren zwei, einer ist die andere Seite hochgekommen. Scheiße. Okay. Du, 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 du. Du, 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 du. Das war jetzt ordentliches Beste. Du, 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 du. Du, 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 du. Ich hab das Gefühl, wir haben immer so eine gute. Eine schlechte, eine gute, eine schlechte. Ja. Mach's jetzt online. Mach's jetzt online. Mach's jetzt so. Oder? Ja, ja. Ja, ja. So, wen haben wir hier? Genau, hast du einen Zweck? Ja, weil ich, weil ich ein netter Mensch bin. Ich hab ein paar Leute die anladen. Ein paar nette Leute. Ein paar nette Leute. Ein paar nette Leute, die erstmal auf dich sind. Hacker. Hol dir mal einen vernünftigen Avatar. Das ist ein bisschen feierlich. Was mache ich euch hier fertig? Hey, Leute. Ich kann die nirgendwo anbringen. Die Falle wie dumm. Lass schon. Was ist da? Lega, hier ist ein Ritter mit Dotschicht und Aiming. Das ist ja nicht immer normal. Ah! Max! Was ne Pam, was leidest. Folgt, wie ist es bei dir so dunkel? Ich wollte bei mir kurz alles umweilen, wie gesagt, die Augen zu tun. Weil ich jetzt den Barriker zocken will, ne? Ich hab' nicht wundern, dass ich grad bisschen... Luka zieht unten, innerhalb der... Luka, du hast ein Blaise- und Controller in der Hand. Wieso kommst du die Party? Hm? Ja, du, wer sonst? Ich bin schon immer auf, das ist nicht toll. Wieso kommst du die Party? Ja. Was hat der nicht? Ja. Der hat keine PS3. Der hat keine PS3. Ich hab' keine PS3. Ich hab' keine PS3. Ich hab' keine PS3. Kecker. Kaufe dir doch eine PS4. Kaufe sie doch. Kaufe sie doch. Luka, kaufe sie doch. wir müssen umbringen alle umbringen alle umbringen keine knallen zeigen alle umbringen also ist die brücke oder nur durch ich gehe hier medikit und munition okay ja ja nein nichts gescheites ich habe keine waffe die pistole nehme ich darf ich ja so jetzt lassen wir ein wenig weil ja gar mit der alien da leute läuft doch schon einer so werden sonst lassen wir zuerst die hütte vorknüpfen weil da wollen gerade noch zwei andere typen was macht man wenn er zwei typen hingehen ja ja hinterm stein willst du kämpfene kleines nicht stück alter 2 habe ein aber ja hier kommt noch einer von der seite was hat das läuft ich nehme ich gerade da kommt euch noch mehr von tomate und das ist schon mal was der hat weg danke alles klar er kommt an ich bin hätte verpiss ja immer schlöpfe ich habe euch gleich selber alter wie wenig munition hatten die denn bitte hast du vielleicht noch mehr munition für mich ich habe jetzt nur 20 schuss für m16 ja hier gedanken das war ich schon nicht so gut wie ein schlöpfe und die kreis das ist ja komplett geändert das kannst du äh ja da also doch die gute alte punkte was das ist okay so erst mal gefestet yo ist bei yo ich habe doch mir teil und sowas Ach ja, was haben wir denn da? Weil Blausturm wäre noch ein Moin Ohren, ey, ich bin die komplette Zeit durchgesuchtet, ey. Immer hab ich die Scheide auf die Kette gekriegt. Also der Beste ist da momentan vierter. Hier, du kannst hier Büsche und Autos alles abbauen, ne? Frische Dauer nicht lange und geben manchmal verdammt viel. Die Euro-Paletten sind richtig. Ja, die sind extrem gut. Ich hatte mal eine, die hat mir 64 gegeben. Und das ist schon überträglich viel. Aber wir müssen Zone, wir müssen Zone. Bisschen Zeit haben wir noch, aber wieviel Material hast du? 356. Ich hab 102,5,6 und 31. Was? Na, Luca liegt schon wieder. Ja, gut. Ey, du musst nur die, äh, nur die Stützen abbauen und brauchst du sofort alles ab. Lass uns mal machen, das ganze Haus abreißen. Wie alt bist du? Ich? Nein, 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 ähm, auch nicht. Ich hab' die Stützen abbauen und brauchst du nicht mehr Geld. Nur die ist die Ilda. Machst du heute noch ein Tiefer-Leistung? Tiefer-Leistung. 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 200 129 und 115 so keine sprung mehr vom haus und verschämt hat dass wir hier ein stück boden liegen lassen kein das ganze nicht aufbauen warte ich werfe granaten da hast du vielleicht noch irgendeine waffe also ist ein polo ich habe nur zwei blaue m16 ja schon gelesen muss ich mal gucken also sniper würde ich jetzt extrem feiern ohne piste haus hv gegen köln hat er ist hier weil ich hier so bekommst ich habe einen kaffee getrunken ich habe einen kaffee getrunken beruhigt habe ich mich nicht ich habe einen kaffee getrunken 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 aber jetzt nichts hintermahnen Oder sagen, dass die nur Kacke spielen und sowas. Kennst du Tutu-Police? Ja, ja. Der spielt auch Fortnite. Und PC. Das weiß. Das kommt mir weit, das kommt mir weit, das kommt mir weit. Joost? Ja? Vols? Da. Ida. Was sollen wir? Sollen wir mal greasy? Oder? Vols, du kommst morgen mal bei mir vorbei, ne? Luca, kommst du morgen mal bei mir vorbei? Was? Kommst du morgen mal bei mir vorbei? Okay, hier ist noch einer. Hello. It's me. What there? Ein anderes Team sehe ich. Äh, äh. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe, ja. Äh, äh. Ich brauche Hilfe, ja. Hab dich. Ich brauche Hilfe. Es soll ja auf dem Mail besser kommen. Komm. Ich brauche Hilfe, ja. Ich brauche Hilfe. okay ich habe wegen schild dran gesichtet hier sind grünen pappen bringe ich dir mit falls du willst ja kann man mitkommen ja sniper ich hatte normale pamp für dich jetzt eine falle komm mit der eingang rein oder bauen wir hier ganz die tür auf die auch mein kaputt ich habe verbänden warte verbände für dich ich habe verbände hier hingelegt was als ob scheiße was ist denn gerade los die waren das wahrscheinlich auch mit der falle ja ja kann sein dass ich im falle gemacht haben dass ich dann gekommen bin hallo hat die instagram hat die insta Irgendwie muss die doch erreichbar sein, das ist ja nicht mehr normal. Die haben Wochenende, was macht die? Luca, kriegst du den 100. Kommentar? Kriegst du den 100. Kommentar, Luca? Kriegst du den 100. Kommentar? Ihr habt 99 Kommentare? Jetzt geht er ganz schnell ran und schreibt was. GFD Wie viele Zuschauer hast du, Julian? J, J, H, H, D, L, K, und L. Wie viele Zuschauer hast du, Julian? Ja. Sag mal, wie viele Zuschauer? Ja. Ähm, einer. Sind wir wieder Tomateau taugt, Luca? Luga, gönn dir mal ganz in die Camp. Luga, das war! Ich hab dich getroffen, keine Sorge. Ich hab dich getroffen. Ich hab dich richtig gemacht, ihr habt nur so getan. Oh, hier gehen relativ viele runter. Ja, das könnte wahrscheinlich an einer neuen Stadt Tomateau liegen. Mal Spaß. Aber beim Tunnel hatten wir ja richtig viel Hype. Und das ist ja heutzutage auch noch ne Scheiße. Also bei einem Loothaus. Auf dem Tunnel. Oh, oh, ich bin fast tot. Hier sind richtig viele Gegner. Doch, wieder selbe Takti wie gerade. Pumpkan rausholen und dann weg hin. Wird aber nur Granaten sein. Fuck, bei mir ist eine Produktion. Bei mir auch. Nein, ich hab keine Waffe. Ich auch nicht. Revolver, ich bin gerettet. Ja, ja, meine, 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 meine. Ja. Was ist? Echt jetzt? Nö. Ich wusste es. Aber schiebt Pistole. Wenigstens etwas. Und taktische Pum. Warst du das gerade mit der Granate? Nein. Ich sehe aber hier gerade auch Granatierung fliegt. Warst du das? Nein, ich hab keine. Okay, ich hab ja gesehen, der war natürlich. Nein. Hacker, hack, 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 hack. Yo. Ich hab einen dreimal Headshot gegeben mit meiner taktischen Pum. Oh, Hacker! Ne. Ich hab' nur so weggesackt. Nö. Ich hab' nur so weggesackt. Ich hab' nur zwei schlechte Runden. Ich hab' nur zwei schlechte Runden, jetzt werden wir erst doch. Ich hab' nur zwei schlechte Runden, jetzt werden wir erst doch. Ich hab' nur zwei schlechte Runden auf die Kamera gemacht. Luca, weißt du, dass die Menschen von den Chinesen abstammen? Bist du mal bereit, oder? Ja, ja, warte. Ey, Luca, du kannst den 104. Kommentar schreiben. Ich schreibe schnell. Luca, du kannst den 105. Kommentar schreiben, das ist deine Chance. Aber ich habe YouTube nicht oft, das ungefähr. Luka, du kannst die Tomatetown in die Kommentare schreiben. Der wie so ein Roboter. Den sagt man was und dann macht der. Luka, ich finde, die Granaten können da richtig abfacken. Luka, entweder du schreibst das Tomatetown in die Kommentare oder du bist kein Moderator mehr. So eine Spamming-Aktion, das geht nicht. Ist so, Luca. Hashtag Tomatetown. Hello for me, I'm this heart. Es schreibt nur Tomatetown. Da muss ein Hashtag for the Baum. Ach so, das wird noch? Ja, und das muss zusammengeschrieben werden. Ne, nicht zusammen, aber die Buchstaben müssen groß. Da siehst du noch mal auf der Karte. Tomatetown. 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 Die Anfangsbuchstaben müssen groß geschrieben werden. Tomatetown müssen groß. Großtomatetown. Ne, Tomatetown. Ne, Tomatetown. Hier ist noch im Team. Was hacken die alle, ganz im Ernst? Was sagt ihr der Oberenker? Hat die Clients aus. Mach die Clients aus. Mach die Clients aus. Mach die... Just! Ränder weg! Ah, scheiße. Ich kann nicht schalten, ich habe keine Waffe. Just. Ja. Ich hole jetzt für uns den Sieg. Boah, ein Schlürfsaft. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Der Schlürfsaft. Weiter mal hier. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ah, Glück. Ich denke, wen in die Kommentare meine lieben Leute. Ja, die ganze Stadt in der Luft, ey. So, jetzt geht's erst mal beef. Ihr da unten in dieser dummen kleinen Stadt verreckt jetzt. Ich hab fünf Munition und damit bleibt der Haushalt so wie es ist. Und jetzt wird nichts verändert. Warte, ich kann doch sogar logisch Stürmer eingeben an... Vorhin ist einer bei dem Haupthaus hergegangen. Da vorne, siehst du? Oh. Oh. Ah. Danke. Oh. Granate. Granaten. Er trifft mich auch noch damit. Das ist so ein mieter Hacker. So ein mieter Hack-Client ist das. So ein mieter Hack-Client. Hack-Client. Ja, finde ich auch. Hast du das mal aufgenommen, oder was? I walk it on sunshine. I walk it on sunshine. Was hat er gesagt? Luca lauterreden. Ich hab ja noch einen singen. Ich hab ja noch aufgepflegt. Ich würde mich wieder aufgefressen. Ich habe das ja nie. Digga, du sitzt da so wie so ein richtiger Duchtig, als du was. Ich kann mal ganz genau reingucken. Das ist eine richtige Schweinsnase. Ich guck mal ganz kurz rüber nach Hamburg. Gibt es noch viel aufs CDF? Nee, ne? Ah, nee, okay, dann kann ich auch nicht rüberruhen. So, Tomelto, komm, Inter. Oh! Hui! Luca, guck mal ganz im Stream. Guck mal kurz noch von Instagram, ne? Ey, Luca, du kannst 150. Kommentar schreiben. Den was? Den 150. Kommentar. 100 was? 150. Ist das ein Team? Ja, hier sind zwei Teams. Was? Wo? Ein Tomato. I'm walking on sunshine. Aaaaah. Mit Trottis mit Vornamen? Wie wird die jetzt eigentlich geschrieben? D-I-T-C, oder? wir wollen alter ist so schlecht war hier ist ein toll das weder sniper in der wir sind gerade in der runde ich jetzt ich habe schallgedanfte pistole epische ja ja doch nur du bist doch die ich nicht du bist doch die ich nicht alles klar ich glaube ich level 45 alles klar die kleine bastard das ist ja fast nicht mehr lustig ja ja warte ich lebe noch ich bin klar alles klappt gleich wieder da wird ja schön ich mache das unternehmen wirst du denn ja was ist nein Vielen Dank.